Ein Traum wird wahr, das erste Weihnachten seit zehn Jahren in Deutschland, der erste Glühwein in Iens Leben, was wir sonst noch so erleben, seht ihr in diesem Video. Hallo und willkommen zu Zeit mit Jamaika. Mein Name ist Riccarda und wir stehen hier mitten auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt in Karl-Marx-Stadt und erleben hier Weihnachtstrubel pur, einen Abend vor Heiligabend im Herzen von Chemnitz. Ich bin hier über dem Weihnachtsmarkt, der erste in Iens Leben, der erste für mich seit zehn Jahren in der alten Heimat. Mr. Dele, you're ready? Für Deutschland? Schön, ne? Wie lange warst du nicht in Deutschland? Wie lange? Wie viele Jahre? Ja. Ja? Sechs Jahre? Lange Zeit. Nutz Zeit. Ja, zu lang. Finally, we're going together. Long time we don't go together. Ja, for real. Look here at Christmas. Why? Wonder how cold it will be in Germany. Red Label und weiserum, weil wir haben frischen, frischen Sorrel dabei. Wir wollen morgen noch Sorrel machen für Weihnachten. Mal gucken, ob ich den Ursch kriege, aber bestimmt schon. Sorrel kennt ihr vielleicht das Video von vor wie vielen Jahren? Vor zwei Jahren. Sorrel war das erste Video des Kanals, denn der Kanal wird jetzt zwei Jahre alt. Also wer es noch nicht kennt, Sorrel, das erste Video überhaupt. Schösterärung in den Rover in Bern sind das erste Video befindet. Oh, mein Gott. Also wo los geht's am externallyär? Ich binPratsch multiplicier. Ach so, was lohrge ich! Hast du mir viel Roll? Können Sie das vorlesen? Was heißt das? Nochmal. Schön. Das ist die wichtigste Sache zu sagen. Zu allen. Ja. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Brötzeln? Nice Brötzeln. Ich habe eine Pizza. Ja. Ich habe eine Brötzeln. Brötzeln? Belegtes Brötzeln? Mit Ruff? Ja. Ja. Welcher? Wir wollen. Wir wollen saftige Preise, sage ich mal. Für den Deutschen. Welcher willst du? Schinken? Oder Salami? Schinken. Nein, Schinken. Schinken? Schinken. Schinken. Wir haben jetzt gerade hier völlig außer Atem gerade noch den Zug erreicht, weil die S-Bahn zum Hauptbahnhof zu spät kam und wir mussten rennen wie die Schweine auf der Jagd. und haben es geschafft. Innerhalb von wenigen Sekunden ging dann die Tür zu und wir sitzen jetzt im Zug nach Leipzig. Spiderman, wie geht's dir? Gut. Ist dir kalt? Nein. Ich habe Spiderman getroffen. Zug nach Leipzig. Halleluja! Halleluja! Durch den Engel. Halleluja! Wir üben Weihnachtsgeler. Christ in deiner Geburt und Christ der Wetterer ist da. Christ in deiner Geburt, wenn du in die Kirche sagst, Christ in deiner Geburt. Wir haben es drauf. Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wir sind gerade gekommen fort. Ach so? Ja. Wo kommt denn ihr her? Hat ihr alles gebracht? Jetzt sind wir hier in Chemnitz und gehen auf den Weihnachtsmarkt. Ja, wir haben die ganze Familie überrascht. Keiner hat gewusst, dass wir kommen, außer ein paar eingeweihte Freunde. Guck mal, wie schön das Geschmack ist. Was ich vorhin gesagt habe, Leute kommen jetzt von der Arbeit und heute ist der letzte Tag. Hier gibt's Glühwein, hier gibt's Glühwein. Jetzt geben wir den Bier und erst mal hier mit Glühwein. Hallo, einen roten Glühwein bitte. Roten? Ja. Das ist der erste Glühwein in Ians Leben überhaupt. Try it. Prost. 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 Wie schmeckt's? Schmeckt gut. Oh, how it tastes, really. Nice. Lühwein. 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 Wie schmeckt's? Schmeckt gut. Und das ist? Warm Zorrel. Warm Zorrel. Warm Zorrel. Warm Zorrel. Hoher Weihnachten. Rekord, das ist was your chest say. Was your chest say? From the one all my Christmas would be here in Germany. Wow, ab jetzt sind wir hier jedes Weihnachten, hat er gesagt. No, the bottom is not right. The bottom is not right. Yeah, this was easy because the kids help you already. This one, this is also easy. How do you like the Christmas market? Very much, I like it. Very, very much. Schön, ne? Ja. Awww. Jetzt gehen wir zum Weihnachtsbaum. Guck, hier gibt's Schneeballen und weißt du was es nebenan gibt? Gletscher. Gletscher. Wisst ihr was? Gletscher. Gletscher? Gletscher. Yeah, Gletscher. Gletscher. Look here, this is Gletscher. They might have Gletscher. What is it? It's made from potato. It's grater potato, raw potato and then you fry it. Gletscher. Was ihr noch nie gesehen habt wie Gletscher gemacht werden? Das sind Gletscher, Kartoffelpuffer. Das ist hier was für mich. Oh, Zucker. Warte, guck mal. Hier die roten Äpfel, die liebe ich am meisten. Hab ich aber schon geschenkt bekommen. Oh, hier. Ich glaub ich muss dem Ian so ein Herz kaufen. Oh, ich will nur dich. Guck hier, gebrannte Mandeln. Hier die dekadierten Äpfel, die gehen nämlich am besten ab. Ich hätte gerne so ein kleines Herz. Was gibt's denn da alles Schönes? Von wem soll's denn sein? Für ihn. Eine sexy Maus? Nein. Eine süße Maus? Nein. Wo gibt's? Ich glaub, ich muss mal rein. Tigerhorschuhe? Auch da. Tigerhorschuhe? Einer. Mausyber. Mausyber. Ja klar. Mausyber. Ja. Mausyber. Ja. Mach mich. Mach mich. Seeyen. Oh. Mausyber. Mein Mausyber. Ich denke. Puede. Meinen Mausyber. Pilzpfanne Mushroom Mushroom, potato, meat It's dark now It's dark now? I'm gonna go around You want the ride? Oh, it's only for kids Oh, here it is Yeah, but they move bigger than this Do you feel bigger than this? I don't know why they move Warm shoes Here are clothes But you have the beautiful clothes Of your car From your car Oh, there is a Riesenrad You wanna ride Riesenrad? Riesenrad Big Wheel Will There is a crepe I'm looking for apples I like a apple But a crepe is also good Here is a Klimbim 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 Yeah 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 Butterstollen Oh Stollen Muss ich dir Sarah mitbringen Oh, here is alles leer Ausverkauft Ja Das ist ja das beste Was wir überhaupt haben können Ausverkauft Handbrot ist auch cool Aber ich suche jetzt noch eine Waffel 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 Was ist Handbrot? Handbrot 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 Look so Handbrot 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 Also ich würde ja auch mitfahren in einem Riesenrad Aber das ist mir viel zu schnell Guck mal wie schnell sich das dreht Ist doch nicht normal oder? Oh ne Das ist ja wie so ein Karussell Handbrot 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 Steak mit Brötchen unterm Schirm. Es könnte echt Schnee sein. Jetzt fängt es hier an zu regnen. Na ja, man kann nicht alles haben. Zum Glück haben wir Steak mit Brötchen. Habe ich auch endlich meine Waffe gefunden. Mit Sauerkerschen. Und echter Schlafsahne. Frische Waffe. Ein Traum. Ich brauche keinen Teufel. Kostet mal. Jetzt fängt es hier an zu regnen. Es ist leider kein Schnee. Wir haben ihn um eine Woche verpasst. Und jetzt versuchen wir mal hier den Handwärmer zu aktivieren. So, you see the little metal thing in there? Yes. So, you have to bend it. Like you want to mash it up? With both hands? Yes. Yes. And now you turn it down. You mash up the whole thing. Huh? This little metal thing? Hold it. Good. Hold it. Yeah. 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 Wow. You see what happened? What happened? It's getting warm. Huh? Schön, ne? Yeah. Oh. 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 And then the hand gets warm. Schön, ne? You put it in your pocket, in your jacket and so and obviously have warm hands. Mmh. Wir machen jetzt noch Sorrel. Morgen ist der heilige Abend. Und wir haben frischen Sorrel und Ingwer aus Jamaika mitgebracht. Den Sorrel müssen wir jetzt noch waschen. Das hatten wir hier vom 2T3 aus dem Flughafen. Red Label und weißer Wein. Äh, weißer Rum. Weißer Wein. Genau. Jawohl. Ja. So. So. Sorry time. Mhm. 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 Und dann lassen wir das über Nacht durchziehen. Mhm. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Mhm. Mhm. Und dann? Das war nichts, hm? Mhm. Mhm. You put some Rum in? Mhm. It come like one chop. No. Mhm. Mhm. So. That's it. Mhm. 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 Ready? Yeah. Ready is the Sorrel. Mhm. 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 Jens, erster Stollen. Mhm. Im Leben? Mhm. The first. It's your life. It's my good. It's my good. It's my good? You always said it's, everything always tastes good for you. I like it then. Mandelstollen. Mhm. Spekulatius. Spekulatius. You want to know what it is? Yeah. Like ginger. Ginger? Could be. I try. Christmas thing. Mm-hmm. 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 Lebkuchen? Mm-hmm. Schmeckt? Mm-hmm. 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 This is homemade by mom. Mm-hmm. Mm-hmm. Homemade by your mother-in-law. Mm-hmm. Mm-hmm. I love this one so much. Honestly? Yeah, honestly. It's the best, no? Yeah. Homemade stuff is the best. Homemade stuff is the best. It's the best. And I try to be honest with everything. So if you don't taste good, just don't taste good. So let's try this one now and see. This is Jamaican rum. Mm-hmm. Baumkuchen. Ecken. Mm-hmm. Mm-hmm. It's strong. But not so tasty but strong. No, you only say nowadays it's not tasty because I always said everything tastes good to you. It tastes good also, right? Yeah, lots of alcohol. So you like it, right? I'm not a alcohol person. I don't drink rum. No. But in the sorrel? Yeah. So, we're going now in the church. Das ist schon der ganze damische Zurrissfespa. Guck, das ist hier Martin Luther. Das ist Martin Luther. Das ist meine, meine Schule hier. Guck, Martin Luther Gymnasium. Aus einer kurzen Zeit, die uns die Erde zogen, O Jesu, die Erde zogen, die Erde zogen, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Zeitrechnung spricht sich nach der Geburt von Jesus. Man muss das nicht aussprechen, man kann den Sprachgebrauch aus der DDR weiterführen, vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung zu sagen, endet aber nicht an der Kurkabelle. So, how was the Christmas service for you? Very good. You pray for me? Yeah, in German. In German. Schön war es, ne? Die Kirche ist dunkel. I pray for you in German, right? Ja, schön, ne? Oh, hat mein Papa selber gebaut, die schöne Pyramide hier am Garten. Bergmann und Engel. In der Souljoy, Bergmann. The Mountain Man, the Miner. Wenn ihr auch so eine schöne Pyramide im Garten haben wollt, könnt ihr gern Bestellungen bei meinem Papa abgeben. Ja, hier am Fenster. Oh. Guck, hier in unserem Fenster. Der Lichterbogen, nicht, dass ich hier in den Teich falle. Oh. Gehen wir jetzt gleich wieder rein. Guck, ich zeige euch noch was Schönes. Das ist der Weihnachtsbaum. Achtung. Ja. Hier, das ist auch schön. Alles selber gebaut. Musik Die Wahrheit brüttelt auf, brüttelt auf, der schicht der Erden und Sonn. Musik Der Sonn sprengt wie Sonn am Himmel auf Da seid leid, leid, leid auf, leid auf Der Sonn sprengt wie Sonn am Himmel auf Brett was un-sauberkaut So, wir machen jetzt hier einen kleinen Wald- und Verdauungsspaziergang Leider ohne Schnee Hier wollten wir euch eigentlich die Cool Runnings nachspielen Das ist nämlich die Rodelbahn bei uns im Wald Aber leider liegt kein Schnee Wir haben den Schnee um eine Woche verpasst Ja, ihr wolltet so gerne mal rodeln Ja, Cool Running Style Aber das holen wir irgendwann im nächsten Winter mal nach Ja, schade Wir haben die letzten Schneereste hier gefunden Die letzten Reste Wir haben Glück Guck Schnee Wie fühlt es sich? Schön und kalt Du möchtest kalt, oder? Ja, ich möchtest kalt Eiszapfen Guck mal Hier, guck mal Hier ist es Es ist Eis Hier Ja, Eis, ja Wow 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 Komm, schau mal ein Bild Oh, normal ist es wirklich heiß Eiszapfen Eiszapfen Wie ist es? Sturge Nein, es ist der Klinik Ja, gut Wie ein Eis 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 Ja, das ist Wunderbar Ich kann es langsam essen, aber nicht wenn es blau ist Ja Appetit Teig Was ist es? Von Dominik Danke Dominik Danke Dominik Schmeckt gut Schmeckt gut I love them too I'll go for mine now Das ist ein guter Wein Dominik Das war unser Weihnachtsfest 2022 Wir haben es sehr genossen Stimmt's? Dein erstes Weihnachten War's schön? War's schön Wenn's euch auch gefallen hat Dann gebt dem Video gern einen Daumen nach oben Falls noch immer nicht getan Drückt da unten auch bitte gern Auf den kostenlosen Abonnieren Knopf Und dann sehen wir uns im nächsten Video Macht's gut Eure Kada Und euer Ian Und Ian Und dann sehen wir uns im nächsten Video Und dann sehen wir uns im nächsten Video